Okay, also heute wollen wir mit Express uns diesen Kram hier ersparen. Wir wollen das tatsächlich in eine separate Datei auslagern. Und es ist ein kleines bisschen untypisch, das gebe ich zu. Wir werden aber nachher oder später in der Serie uns noch mit server-seitigem Rendering beschäftigen. Heute soll es erstmal darum gehen, wie kann ich eigentlich das hier, beziehungsweise vielleicht auch etwas komplexeres HTML, in eine extra Datei auslagern. Und das mache ich mal hier. Achtet darauf, ich mache das nicht in meinen Public-Ordner rein. Ich mache das hier ganz normal rein und ich nenne das Ding jetzt einfach mal index.html. Denn meine index.html, das ist ja meine Root-Datei und die soll bitte auch soweit gesurft werden. Okay, also halt hier auf Slash, das ist genau das. So, jetzt nehme ich mir das hier einfach mal raus und der Title ist in meinem Fall einfach Index, damit ich weiß, wo ich bin und in meinem Body steht das da drin. So, und jetzt möchte ich hier allerdings trotzdem noch die style.css laden. Das machen wir aber gleich in ein paar Minuten. Und ja, jetzt haben wir hier statt res.send, machen wir hier einfach ein res.sendfile. Und dieses sendfile wiederum ist natürlich dazu da, um eine Datei zu senden, ist klar. Und hier kann ich jetzt theoretisch meine index.html angeben. Wenn wir das jetzt allerdings machen, dann sehen wir hier, wenn ich das hier im Browser aufrufe, Oh nein, das funktioniert so nicht. Denn, ja, man weiß natürlich nicht, wo das Ding eigentlich ist. Wir wissen, oder Node weiß nicht, beziehungsweise Express weiß nicht, wo diese Datei sich eigentlich befindet. Die index.html, wir brauchen einen exakten Pfad dafür. Wir brauchen wirklich den vollständigen Pfad dafür. Und dazu mal hier ganz kurz noch was vorne dran gehangen. Und zwar nehme ich hier einfach path.join. Und path ist eine Funktion von, beziehungsweise eigentlich auch ein Modul, wenn man es richtig betrachtet, von unserem, von Node. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, path ist, ups, ist gleich, ähm, require von path. So. Und path wird jetzt hier quasi mir zur Verfügung gestellt als einzelnes Modul. Und jetzt kann ich mit diesem Modul wirklich hergehen und hier an meinem, an meinem path quasi mein directory name vorne dran packen. Das heißt, Bodenstrich, Bodenstrich, dir name. Also der Name des Verzeichnisses, in dem ich bin. Und ich möchte gerne hinten dran noch was zweites hängen. Und zwar natürlich an den Namen meiner Datei, nämlich index.html. Achtung, hier brauchen wir noch einen Slash davor. So, was das jetzt im Endeffekt macht, ich zeige euch das mal eben. Lass uns das mal loggen, anstatt dass wir den Request hier loggen. Was das macht, ist folgendes. Wenn ich jetzt hier auf meine, ähm, Root-Datei zugreife, kriege ich natürlich erstmal hallo.get.express. Wunderbar. Soweit hat das Ganze funktioniert. Und in meinem, ähm, in meinem Log steht es offensichtlich drin, wo ich gerade drin bin. Also gtutstay6 express.js src-index.html. Das ist ein bisschen weird mit diesem normalen Slash, aber das funktioniert trotzdem. Ähm, auch wenn man unter einer Windows-Maschine ist. Das funktioniert, ähm, fragt mich bitte nicht wieso. Ich glaube, das handelt Express quasi intern so ein bisschen. Und damit habe ich sozusagen hier meine Datei übertragen. Das heißt, hier steht jetzt nicht mehr alles als h1. Sondern es steht hier in dieser Index.html. Und hier kann ich jetzt natürlich alles reinschreiben. Hier kann ich auch meine Style.css verlinken. Ich muss jetzt allerdings gar nicht hergehen und das irgendwie sehr, sehr kompliziert machen und irgendwie wissen, wo jede Style.css verknüpft ist. Sondern ich kann hier ganz einfach hergehen und hier drin möchte ich jetzt die Style.css. So, jetzt lassen wir uns nochmal kurz an das Video von letztem Mal denken. Normalerweise müsste ich ja jetzt hierher gehen und sagen, ähm, ich mach mal kurz das, das, äh, klassische. Also Link rel gleich, äh, Style Sheet. Und dann haben wir natürlich die href ist gleich. So, und jetzt kann ich natürlich hierher gehen und sagen, public und dann, ähm, slash Style.css. So, wenn ich das jetzt speichere und diese Seite nochmal neu lade, sehen wir, mh, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Warum funktioniert das nicht? Naja, denken wir mal drüber nach. Weil dieser Ordner, beziehungsweise diese Dateien, die gesurft werden, die übertragen werden an den Webserver, also quasi an wirklich den User, der das Ganze dann noch am Ende sieht. Diese Dateien, naja, die bestehen ja nur aus einer einzigen Datei, nämlich aus der Index.html. Alle anderen Dateien werden nicht übertragen. Aber wir haben ja hier oben was reingeschrieben und zwar, ey, bitte, mach doch alles, was im Public-Ordner drin ist, mach das doch bitte auch Public, ja. Na, send das doch bitte einfach da rein. Und das steht nicht im Ordner Public, sondern das steht im Ordner Root. Das heißt quasi einfach Webseite, slash Style.css. Und hier brauche ich noch einen Punkt vorne dran, damit ich weiß, aktueller Ordner und dann Root, also quasi Root, Style.css. Und damit greife ich dann quasi auf diese CSS-Datei zu, auch wenn jetzt hier mein Editor sagt, ey, das Ding finde ich nicht. Das wird richtig angezeigt. Wir haben es jetzt hier gerade gesehen. Es wird in blau angezeigt, weil ich ja das Ganze in meinem Root-Ordner zur Verfügung stelle. Okay, das heißt, was wir hier gemacht haben, ist folgendes. Wir haben im Express-Server gesagt, ey, schickt doch mal bitte die Datei, die genau an diesem Pfad liegt. Übrigens, dieses Bodenstrich-Bodenstrich-Dearname, das braucht ihr, ihr könnt natürlich für eure Entwicklungsumgebung auch einfach sagen, ey, ich möchte das auf G, Tuts und so weiter und so fort speichern. Und dann die Index-HTML hinten dran hängen. Das würde funktionieren, aber eben nur auf eurer Maschine. Denn wenn ihr die Ordner umbenennt, funktioniert alles nicht mehr. Path.join-Dearname ist quasi so diese rudimentäre Datei, die einfach alles kann. Da fällt mir auf, warum funktioniert das Ganze? Ich habe die Klammer falsch zugemacht. So, jetzt sollte es gehen. Wahrscheinlich automatisch irgendwie richtig gemacht. Egal, auf jeden Fall, dieses Bodenstrich-Bodenstrich-Dearname, das liefert mir immer den richtigen Ordner, egal auf welcher Maschine ich bin, egal ob ich es verschoben habe oder sonst irgendwas. Das ist immer richtig. Das brauchen wir für den Webserver und da drin wollen wir die Index-HTML haben. So, diese Index-HTML greift jetzt hier im Endeffekt nur auf das hier zu, aber auf eine andere Datei und das ist die style.css. Und die liefern wir nicht über diesen GET-Befehl, sondern die liefern wir einfach konstant immer, wenn jemand danach fragt. Und zwar als statische Datei, die sich nicht verändert, da können auch Bilder rein und so weiter und so fort. Und zwar im Ordner Public. Der Ordner Public wird aber wegabstrahiert. Das heißt, hier wird gesagt, hey, das ist nicht mehr der Ordner Public, das ist jetzt einfach unter root. Das heißt, unter slash style.css finde ich alles, was ich brauche. Also einfach direkt auf meiner Homepage. Und das binde ich hier dann also ein, weil es eben als statische Datei im root-Directory direkt vorhanden ist. Und so funktioniert quasi dieses send-file. Das ist ein wichtiges Konzept, da werden wir später noch mehr mit arbeiten. Ähm, dementsprechend bitte verinnerlichen, wie die ganzen Dateien dann auch wirklich übertragen werden. Und, ähm, ja, mit send-file kann man ganz einfach Dateien schicken. Aber, wie gesagt, dieser Aufruf ist relativ selten eigentlich. Normalerweise wird eben serverseitig noch was reingerendert sozusagen. Und das schauen wir uns auch noch später an. Gut, in dem Sinne war es das erstmal von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.